oh ich bin wieder raus ich check diese quest nicht danke dass du es annimmst jetzt nächstes fertig genetik hattest du noch zeich ich bin irgendwo anders gespawnt wie wenn ich da durchgegangen bin okay ich mach ich mach mal kurz die game rules mit keep inventory weil sonst es hilft bei mir auch nicht wenn du stirbst dann wenn du tot bist und raus fliegst dann bist du tot und alles wird gelöscht das haben wir doch schon mittlerweile rausgefunden aber nicht wenn keep inventory außerdem habe ich mehr leben ja also cheater bist aus dem device keep inventory doch für dich ich brauche karotten oder hydroxid bestelle ich mir hier okay ich stelle mir hydroxid her eins der k eins der k o eins zwei machen wir noch nicht zweimal zwei sticks davon heiß misspächer ne die schießen nicht immer hin und her weil hier alles voller gastes und ich bin wieder rausgekommen okay vor glück irgendwie 20c und 20h nämlich wir das ist so scheiße gespawnt ja ich hab irgendwie ne idee auch gerade ne du ne idee das kann schon tödlich werden also also ich bin noch am leben lange ist die frage in der lava gelandet was ich doch nicht fragst ganz freundlich dann sagt es vielleicht hier drei ja aber keine ahnung was da gelandet ich hab mir und karotten angebaut hat mir angebaut ja okay nicht mehr diskonnect weil die kaskartner ja sind viel zu viele ja hardcore weißt wo ich nix über hinkehre weißt wo ich nix über hinkehre ja du machst das schon glaub einfach nicht ja ich sterbe eh ich weiß das jetzt schon ja ich bin mit hoi lass ich auf jeden fall an so lange ich im netter grad bin dann könntest du eigentlich ja ich glaube hier nicht was versuchen dir dein grab wieder zu haben aber bist du da und das ist tot das ist weg das ist gelöscht soll ich mal gucken ich gehe mal mit game oder hin machen das ist dahinten weg im rüstung ne brauchen wir auch noch irgendetwas spieler sind so muss man außerhalb gehen gehen außerhalb mein grab ist gelöscht ich bin nur beim vorbeifliegen habe ich eine kiste gesehen die ist in der außenwand ich weiß das ist gecheatet mi 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 ich cheaten will dann kann ich den ganzen tag machen die quest ist auch erledigt ne mit dem nether ok ja guck ich gleich ähm und diese hellaufgabe die kann ich jetzt auch beenden fertig ich mach nämlich gerade hier durch die netherwarzen oh 31 stück noch ja ich hab grad so viel gemikalien beim inventar du lässt mich in ruhe äh mir fehlt einmal ritulin ach nö kann ich die potatoes auch damit verarbeiten alles mal hier in den back tun den ich hab ich hab zwölf blaze wats obwohl ich gerne ich hab doch looting drauf aber dass ich immer noch lebe ist da aber noch tot gleich so auf den letzten moment tot ich bin so oft in der lava geschwommen eben das ging gar nicht rot was ist denn für ein schwert ach keine schwert toll zwanzig äh ein davon da drüben noch was reingeschmissen zwanzig ein ich glaub das kann gleich passieren wenn sich die weinchen auf mich ziehen ne hallo hallo wilser hallo wilser skelette what ich dachte du machst das schon hab ich das schwein geschlagen aus dem tot jetzt wirst du sterben hä warum bin ich grad raus geflogen weil du gestorben bist bist du gestorben ja ja ich hab doch noch so viel leben gehabt ne klar mhm if you died you are out mir steht das nämlich steht oben drauf bei den lives egal wie leben wir hinzufügen if you died you are out bann mich mal bitte oh centus sag mir mal wie das geht slash pardon schreib mir das faggot mach doch paar und mach tab dann pardon centus black ist jetzt fun ne slash hab ich doch ist er behindert kannst du join the game ne geht ja dein grab ist weg hey left the game join the game was ist los ja es ist alles weg sag dich doch auch keep inventory funktioniert nicht mach mal das ich würde den hardcore mod ausmachen ganz ernsthaft in jedem fall wenn wir sterben ist alles weg ja aber das gehört eigentlich dazu ne raus raus nö boah ich hab ja gar nichts mehr dabei jetzt naja jetzt ist alles weg ok du hast jetzt vier du könntest dir noch viel Geld Karotten holen hm du könntest dir Karotten holen ok xy xy du musst mich mal in die Gruppe wieder einladen hm wenn ich auch Leader bin was ich nicht glaube ne Party List was ist das denn ich kann nöstens die Party verlassen ich kann nöstens die Party verlassen da geht einer von den anderen eine Party machen müssen naja naja oder willst du jetzt mal Leben hinzufügen oder willst du jetzt mal Leben hinzufügen komm wir sollen wir Leben hinzufügen ja aber lohnts mich doch nicht oder ne wir verbrauchen jetzt zusammen die Leben ne ja tu mal welche hinzufügen wo die Cheater grad ah jetzt ist egal das ist mit dem Hardcore hasse ich sowieso hm mit Hardcore hasse ich sowieso hätt mir das alles vorher so gewusst mit der Alchemie dass das so funktioniert dann wärs vielleicht einfacher wir wären ja nicht so oft gestorben